Willkommen zu Rainbow Six Siege Auf der neuen Map Freizeitpark Ich vergesse die auf dem ersten Mal zu starten So klug wie ich bin Ja wir sind hier zu viert dabei Ihr habt tolle Namen So und jemand wurde gleich schon mal erschossen Die sind alle Ah ok, Trollrunde mit Recruit Machen die, weil die Valkyrie wurde erschossen So checken wir mal deren Level durch Level 122 Level 15 Lol, Level 15 und Valkyrie Level 100 Level 115 Und Level 162 Ok viel Spaß damit Ja das ist ne Trollrunde Trollrunde das sind 4 Rekruten So ich bin ja als Blitz unterwegs Weil hab ich mir alles Runde gegönnt Ah ne, Scheiße ist ja Jawohl, gemessert So noch ein bisschen T-Baggen Ganz ehrlich, weil sie das verdient haben Bam, hab ich in die Fresse gemessert ey Oh, wir kriegen aber nie ne normale Runde Ne, kann das sein? Letzte Runde Die ganze Zeit Team Kills Diese Runde auch irgendwie behindert Ich nehm mal Kapkan Wieso nicht Lol, der nimmt Taranka Ey, nimmt man keine Rekruten Achso, stimmt Ein Paper Tenor Recruit Aber in Bucky soll du hast auch Du hast ja noch Operator War schwer Redest du noch? Ach, kann sein Ne, das ist nicht Afga Sonst hat er keine Operator gepickt Wie, du hast kein Verteidigungsoperator Warum hast du drei Angreifer? So, oh schade Ich dachte schon, wir haben nur ein Dreier Gegner Team Ne, der fünfte kommt noch Na Kann ich noch Operator wechseln? Ne, natürlich nicht Abwendet werden nicht schlecht zu haben Ich hab gar kein Bild Hm Weiß ich nicht, vielleicht Also man muss halt so ein bisschen denken Besonders wenn man so einen kleinen Account hat Welchen Operator fehlt er Also welcher Operator fehlt er eben noch Da muss man jetzt sehr Ja, Mute fehlt zum Beispiel noch Und Smoke wäre nicht schlecht Weil zum Beispiel man muss aber im Angriff denken Wir haben, also ich hab Twitch Am Backus an E-Craft haben beide Thatcher Jetzt hat, äh, Fade noch Firmheit Ne, haben wir also Alle, ein Äh, alle Operator, die wir brauchen Habe ich zum Beispiel noch Ein Slash ist nützlich Und ein Wer hab ich noch Ja, Blitz hab ich noch Das ist nicht so nötig Hier bitte zumachen Also der Achter, wie viel Stacheldraht habt ihr genommen? Äh, die haben keinen Twitch, glaub ich Ich glaub, der wäre nur Recruit So, ich platziere mal meine Fallen So, wo soll ich die letzte hin machen? Hat die mal einen Spot vielleicht? Ist das eine Tür? Ne, ein Fenster Ich bin schon weg Sind hier bei mir Ich höre Recruit mit Schild Ne, Montagne Lol, der hat mir Incident-Header gegeben Ist klar Lol, Fade Hast du schon? Lol Ich lade nach Oh man, das kann nicht wahr sein Hä, der Bakio sei hier Mit GGN-Pumpe Ich lasse mich lieber E-Camps gucken Ok, ich sehe nichts Lol, die haben gegen Oh, die haben ein Bankuser Leute, die sind schon da Lol, Fade Lol, Fade Hä? Achso, ich dachte schon Das ist ein Oh, lol Ok, ist noch Ying und Wahrscheinlich noch ein Recruiter Äh, übrig Ach, ich hoffe, ich hab noch einen Kapkan-Kill Ja, links von dir war noch einer Ein Bankuser, da Komm schon Ein Bankuser, komm schon Da, jetzt, rechts ist hin Leute Bankuser, leg dich hin Ja, was ist so Leute, ist verletzt Ok, kannst du machen, was du möchtest Mit Nitro in die Komm, schmeiß sie dreimal mit Nitro in die ab Damit du ja etwa abkratzt Also Nitro in die nehmen auf Äh, und nehmen Ne, nehmen Auf sie werfen Haha, geil Schön gemacht, dein Bankuser Schöner war's Ja Hab ich ihn in die Fresse geworfen Boah, Alter Wie bist du geschoben? Mir wurden Nitro in die Fresse geworfen So, dann nehm ich wieder Blitz So Willst du BFU's mit Schild nehmen? Ok, jetzt haben wir drei Schilde Drei Schilde, Firmheit und die Banner Ja Ja, okay, ich hätte Twitch nehmen können Aber egal Blitz geht auch Ne, neuen Operator austesten Immer neuen Operator austesten Ah, es ist ein Drogendabor Geil, Drogendabor Nein Äh, wollen wir vom Dropper kommen? Ja, jetzt spielen sie auf Ernst Außer der Taranka wahrscheinlich Sehr schön Ich hoffe mit der Piste Schade Okay, der Lose bei denen ist Level 7 Aber die haben einen Level 15er Und sonst sind die alle relativ hoch Ey Los Ich wusste mich angegliedert, aber trotzdem So, mach mal auf, der Junge Na, bei mir bleiben Okay, Format Ja, Vorsicht Warte, guck mal die Treppe Guck mal die Treppe Sehr schön Mach mal vielleicht hier Da Was guckst du da? Ich springe auf Mann, ich wollte sie mir holen Leute, ich bin letzter Ernsthaft? Alter E-Kraft hat euch mal ein Kill Boah, das war sowas von meinem Kill gewesen Das wäre so mein Kill gewesen Ich wollte sie so richtig schön, äh, blenden erstmal Und dann richtig in die Fresse holen So wie dem einen Rekruten Ja, ist das so, ne Diese Runden werden immer schneller Weiß auch nicht warum Irgendwas ist los Ach, ja, klar Okay, ich bin fast Level 14 Alphapack, 6% Nein, leider kein Alphapack Naja, das war's dann Weil, wenn ich jetzt noch eine Runde anhänge Ich weiß, das Problem wird dann sein Dass diese Runde irgendwie 3 Jahre dauern wird Weil diese Folge schon wieder, äh, Überlänge haben wird Es sind kürzere Runden Musst ja auch nicht 3 Jahre hochladen Ich bedanke mich fürs Zusehen Irgendwann mal, wenn ich Level 20 bin Wird's auch rangeben Naja, bis dahin Vielen Dank fürs Zusehen Tschüss 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 Vielen Dank.